Wir sind in der Bauakademie Steilmark Burngland. Es sind Studierende von der Fachhochschule in Graz und von der Technischen Universität in Graz. Ich bin Johanna, ich studiere Bauingenieurwesen auf der TU im sechsten Semester. Wir lernen in der Woche eigentlich so ziemlich alles, was man am Bau irgendwie lernen kann. Angefangen von Normalformer-Zirkeln über eine Mauer mit Hochlochzirkeln bauen. Die haben wir dann auch verputzt. Wir lernen Mauern bauen mit Bohrenbetonsteinen, wir haben eine Mantelbetonwand aufgebaut. Also irgendwie von bis schauen wir uns alles mal ein bisschen an. Ziel dieses Kurses ist es, dass die Studierenden die erlernte Theorie auch in der Praxis einmal umsetzen. Theorie und Praxis sind einfach manchmal ein bisschen unterschiedlich und wenn man in beide Sachen einen Einblick hat, dann bringt einem das einfach viel mehr und man versteht die Sachen einfach viel besser. Da wird halt wirklich gezeigt, wie man das Handwerk angeht, was man nimmt, wie es ist, nach was man auch immer. Es fängt schon bei der Mischkonsistenz vom Zement an und geht dann hin weiter bis zum Feinputzen, wie man das richtig verwirrt. Und wenn man das mal in der Hand gehabt hat, dann kann man sich einfach viel mehr darunter vorstellen und deswegen mache ich das. Also für jeden, was es interessiert, hört sich an. Es ist wirklich eine Spitzensache, dass man einfach versteht, aber das ist wirklich eine Spitzensache. Das ist wirklich eine Spitzensache.